Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Sessi. Was machen wir heute? Ich habe schon abgedreht, wir machen ein Tabata-Workout. Tabata-Workout, das hat jetzt nichts mit Tapas zu tun, das hat nichts mit Kino zu tun, sondern wir machen heute ein Workout, das funktioniert so. Es ist ein 4-Minuten-Workout. Wir haben immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Hört sich jetzt so annähernd, anstrengend an, aber es ist wirklich sehr anstrengend. Also, 8 Durchgänge, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Das heißt, wir kommen auf genau 4 Minuten, also ein 4-Minuten-Workout. Und heute habe ich hier Beine, Po und es ist wirklich sehr anstrengend. Also ich habe mich da echt durchgekämpft, also wahrscheinlich eher für fortgeschritten. Und guckt einfach mal rein, kommentiert, ob euch das mal gefällt, wenn ich solche Tabata-Workouts reinnehme oder ob ihr lieber wollt, dass ich während der Übung vielleicht rede oder jetzt einfach so vorweg ein Intro mache und dann die Übung reinknalle. Einfach reinschreiben, okay? Einfach reinschreiben. Ganz einfach. Okay? Dann mache ich das. Also, bis gleich. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.